ARD Text im Auftrag von Funk Wir werden gleich ein Rennen machen, wer zuerst oben ist, genau auf dem Berg. Wir suchen uns eine Stelle und wir dürfen nicht den normalen Weg hochfahren. Simon, Simon, du bist ein Betrüger, weißt du? So wie eine Versicherungsbetrüger-Firma. Alle Versicherungen sind Betrüger, weil wir nur Geld einnehmen wollen. Genereizug. Rommel jetzt wieder kontrollerweise. Achso, deswegen. Jetzt kein Kabel, aber du kannst nur weiter weg vom Fernseher sein. So. Hab eins mal gemacht, wurde aber nicht gespeichert. Worüber habe ich jetzt gerade geredet? Welches Thema war das gerade? Welches gemacht? Vergessen immer so schnell. Sehr vergessen. Okay, hier werden wir hochfahren. Ist sehr steil. Aber wir gehen erstmal da vorne hin. Also, inzwischen irgendwo. So, genau hier beim Strich. Also. Stunts rennen. Ah, ja. Okay, ja. Stimmt. Stunts rennen. Komm ja, Graubel. Ja, genau. Zaun kommt. Ähm... Das Problem ist, man wird vielleicht rausgeschmissen, wenn man das testet. Das kann passieren. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Darum. Nach alle paar... Ähm... Oder... Nach den... Wenn du mal ein paar Sachen platziert hast. VW-Cyber immer speichern. Wie beim... Ähm... Videoschneiden. Speicherst du ja auch alle paar Minuten mal. So ein Stürzesack. So, wo bist du? Maxi, komm her. Ja. 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 Wie das aussieht. Warte mal, ich geh mal mit der Kamera ein bisschen hier ran. Komm her, Maxi. Stell dich neben uns. Mach auch so. Ja. 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 Komm, wir kriegen ein gutes Bild hin. Du auch. Ja. Nee, ich muss schnell drücken. Ganz schnell. Ja. Ja. Gut. Gutes Handball. Ähm... Rennen. Spontanes Rennen. Sagt er mir gerade hier. Spontanes Rennen. Spontanes Rennen. So, einladen. So, einladen. Kommt her. Stellt euch neben mir. Mich. Nicht da vorne hin. Hierher. Black Cobra. Hallo. Auch... Black Cobra. Wer war Lasten eigentlich noch? Warst du schon mal dabei? Nee, glaub ich nicht, ne? Cobra kann ich mich erinnern. Aber nicht der Cobra. Der wird anders geschrieben, den ich kann. Gott. So. Passt auf. Ich hab einen geladen. Haben alle bekommen? Der nicht bekommen hat, rupt mal. Jetzt, ne? Okay, gut. Ich hab geschickt. Einfach nur annehmen. So. Jetzt. Gut. So. Los geht's. Wir zuerst oben. Mist. Ich. Ich. Jetzt haben hier alle auch angenommen. Ich. Ich. Wunderbar. Was fühle ich mir jetzt gerne? Wunderbar. Ja. Ja, ich wäre der Erste... Ohne den Weg hoch zu fahren. Den normalen Weg. Mist. Ah, da wird gleich ein Weg kommen oder? Ja. Ne, da geht kein Weg. Ja, ich werde erster. Nein! Warum da schaust du über Kuga? Ja, ich versuche ja. Besser kann ich nicht. Ich weiß ja, dass ich nichts kann. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, nichts kann. Ja, der bin ich auch. Nein! Nein! Du Gekann, kommt er nicht hoch. Oh, Verlierer? Wir hatten gewonnen. Maxi? Okay, ich versuche hier Tropfen noch hochzukommen. Na komm, der schaust du. Okay. Ich habe es auch geschafft. Genau bei den Steilen. Geil, richtig steil war das. Steiler geht es nicht. Wunderschön. So, was kommt man mit? Hier auf der Seite. Ein kleines Rennen machen wir noch. Aber warum kommt da der jetzt hoch dazwischen? Gute Frage. So, auf der Spitze hoch. Machen wir noch ein kleines Rennen. Direkt nach unten. Natürlich, das gehört da mit dazu. Ja, ich warte. Konsole, what the fuck? Du bist Engländer, Alter. Nicht, nicht bei uns mitmachen. Du musst Deutsch können. Immer diese Leute, die nicht nur Englisch sprechen, dann mitmachen wollen. Kommen wir jetzt wieder. Okay, danach gehen wir in eine Online-Sitzung rein. Und dann werde ich euch einladen zu einem Rennen. Wir können auch in eine Online-Sitzung reingehen, weil so kann man dann auch andere Leute einladen. Warum will die Leute verarschen dann? Guck mal, die sind noch unten. Kommen wir mit einem Hubschrauber hoch. Das ist jetzt später hochzukommen. Noch länger warten wir nicht. Ja, dann haben wir hier keinen Motorrad. Achso. Ja, ich suche da drin hier gerade. Erstmal markieren. Hier ist meine Lieblingsstelle. Allerdings, mal gehen wir woanders. Wir gehen... Wo war das denn hier? Ist das so ungefähr? Ja, ungefähr. Na komm, schnell. Ja, Parkoura, nicht nach hinten sitzen. Wer soll denn fahren? Ja, ich fahre von hier hinten. Ah, okay. Aber nur mit dem Auto fahren. Äh, mit dem Motorrad meine ich. Kommst du jetzt mit dem Hubschrauber, bringt dir jetzt auch nicht so viel. Hier oben kann man ja keinen Spawn. Oder wenn du sicher bist, kannst du hier einspawnen versuchen. Maxi hängt noch ein bisschen hinterher. Maxi, komm, das schaffst du noch. Ja, er wird immer steiler, Maxi. Äh, ne, General C, wo ist das? So, das war's, mein lieber Zuschauer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Tag kommt eine GTA Online-Folge raus. Auf der PS4. Und Freitag kommt das News-Video raus. Was wir am Wochenende machen oder was für Projekte starte. Wenn du dabei sein willst oder auch in der Kuh sein willst, dann schau in der Videobeschreibung. Da steht ein Link zu dem Info-Riegel-Video. Und schau mal in der Kanalbeschreibung vorbei. Da steht das Programm der Woche drin. Was jeden Tag so ansteht oder demnächst kommt. Hast du Lust auf mehr Videos, dann stöber in der Playlist vorbei. Hast du Fragen oder Fun-Fragen, dann schreib Hashtag FragDenDeadPictures. Werde sie beantworten in einem Video, was ich einmal im Monat hochlade. Und wenn du Ideen hast, dann schreib Hashtag Ideen. Und wenn du mich unterstützen möchtest, das würde mich sehr freuen. So, danke fürs Einklicken. Schau, mein Lieber. Schau, mein Lieber. Schau, mein Lieber. Schau, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal.